Ich nutze den Hub, um mich zu Themen und aktuellen Debatten in der globalen Gesundheit zu informieren und mich mit anderen Mitgliedern in bestimmten Themenfeldern, in denen ich aktiv bin, auszutauschen und zu vernetzen. Für mich ist das Global Health Hub Germany eine ganz wesentliche Säule deutschen Engagements und globaler Gesundheit, insbesondere in einer Kette von verschiedenen Säulen, wo das Hub am Anfang steht, als auch initiale Vernetzungskontaktplattform, auch für Veranstaltungen im globalen Gesundheitskontext. Und das ist wirklich wunderbar zu nutzen. Ich nutze den Global Health Hub Germany auf sehr vielfältige Weise für Informationen. Zwischendrin höre ich mir auch Videokonferenzen, Expertengespräche an. Ich bin selber häufig eingeladen, solche Gespräche auch zu führen, an solchen Panels zu sein. Und auch natürlich nehme ich mir heraus, als Mitglied auch Panels vorzuschlagen. Ich nutze den Global Health Hub Germany, um mich über Debatten zu informieren, mit anderen Akteursgruppen auszutauschen, auch mal über den Tellerrand hinaus zu schauen, zu sehen, was läuft in anderen Gebieten und die Diskussion zu fördern. Der Global Health Hub gibt uns die Möglichkeit, im engsten Kreis mit Parlamentariern, mit der Regierung, mit anderen Stakeholdern zu reden. Und insbesondere der Kontakt zu den Parlamentariern, mit dem deutschen Parlament, ist für mich eine neue Dimension, mit der ich als ehemaliger WHOler nichts zu tun habe. Das ist also neu und ich sehe da ein großes Potenzial. Vielen Dank für's Zuschauen.